41. Auflage des Regio-Cups, Finale, Oberligist gegen Regionalligist, Lichtenberg 47 gegen Viktoria Berlin. Lichtenberg in Schwarz, das zweite Jahr in Folge, im Finale 2018 verlor man gegen Berlinligist, Stern 1900, nach 9 Metern schießen 4 zu 5. Gerade eine Minute rum, da geht es schon im Ping-Pong aufs Viktoria-Tor zu, Einsiedel scheitert letztlich an Jelmanns. Wieder 47, Gave auf Jan, Jan zurück auf Gave und der zum 1 zu 0. Dritte Minute, Christian Gave, der amtierende Amateurfußballer des Jahres in Berlin mit der Führung. Verdeckter Schuss, Große im Viktoria-Tor, kann nur hinterher schauen. Auf der Uhr immer noch Minute, drei Lichtenberg mit Vollgasfußball und der Balleroberung. Patrick Jahn mit der Bande vorbei an Maiwald, vorbei an Große, 2-0. Binnen Sekunden der Doppelschlag, Patrick Jahn mit seinen sechs Toren in der Oberliga maßgeblich an der starken Lichtenberger Hinrunde beteiligt. Bei Viktoria war nach der Insolvenz und Ruhe die Frage, wer in der Max-Schmeling-Halle auflaufen wird. Es sind vornehm die jungen Wilden, die durchaus guten Fußball zeigen, in dieser Anfangsphase aber komplett überrannt werden. Eine Minute nach dem 2-0 schiebt Einsiedel direkt das 3 zu 0 hinterher. Die Bande ist in der Halle dein Freund, denkt sich auch Grüneberg. Einsiedel macht nur noch die Schleife drum. Aber ein 0 zu 3 Rückstand in der Halle ist was anderes als draußen. Hier kannst du ganz schnell wieder zurück ins Spiel kommen. Ja, Shikora nur noch 3 zu 1. Beide Teams standen sich schon im ersten Gruppenspiel gegenüber. 3 zu 0 hieß es da für Lichtenberg. Jetzt ist Viktoria schon mal ein Treffer besser. Und das Tor, ein wirklicher Hallo-Wach-Moment. Ugo Can jemals grenzwertig gegen Grüneberg. 2 gegen 1. Rüber auf Kapp. Weißer selbst, den muss ich machen. Viktoria schlug Liga-Konkurrent BRK. Im Halbfinale gab es ein sattes 4 zu 1 gegen Hertha 0-3. Platz 2 sollte also nicht genug sein. Und sie investieren und sie profitieren von den Patzern der Lichtenberger. Nur noch 2 zu 3 aus Viktoria-Sicht. Sie glauben wieder dran. Raphael Brand wurde später Torschützenkönig. Das sein vierter Turniertreffer. Und Brand hat kurz darauf auch den Ausgleich, auf den Schlappen. Aber Wollert zeigt, warum er nur siebenmal in dieser Saison hinter sich greifen musste. Hektische Schlussphase. Lichtenberg zollt dem stürmischen Beginn immer mehr Tribut. Letzten Sekunden laufen. Brand über die doppelte Bande. Kapp nochmal quer. Unfassbare Szene. Weiter geht's. Shikora selten passte die Sotaki-Musik besser in eine letzte Minute. Viktoria probiert es nochmal. Aber es reicht nicht. Lichtenberg zittert sich über die Ziellinie. Ein Herzschlag-Finale. Am Ende heißt es 3 zu 2. Aber wir gucken nochmal auf die letzte Szene. Unglaublich. Da muss Shikora das Ding nur noch über die Linie drücken. Aber wo kommt denn der Holwitz auf einmal her? Am 6. Januar wahrscheinlich schon mit der Grätsche des Jahres. Nach 2013 und 2015 heißt der Sieger des Regio Cups. Also zum dritten Mal Lichtenberg 47 unsere herzlichsten Glückwünsche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.